Ok meine lieben Freunde, heute bin ich mal wieder unterwegs, endlich mal wieder und das an der Brücke vom Quai. River Quai Bridge und dahinten kommt der Zug und alle warten hier mit Spannung und die stehen auf den Gleisen rum, als sollen sie sagen, komm fahr nicht mal um oder so. Ja der Zug fährt ziemlich langsam, will natürlich keinen verletzen und die Leute sind sehr unvorsichtig hier, wie man sieht. Ja, geht auf die Ampelseite, aber er kommt ganz langsam und ja Blumen pflücken während der Fahrt verboten. Morgen werde ich also hier die ganze Strecke abfahren. Kommt da noch einer? Ja, der ist so vorsichtig. Ja, ok. Der ist so vorsichtig, der Zug. Ja, das ist die berühmte Brücke am Quai. Ich gehe ein bisschen weiter da rüber. Hier stehen alle auf der Brücke. Ja, da ist gar kein durch. Ja, ja, komm her. Unvorgesticht hier, die Leute, unvorgesticht. Ja, das ist der berühmte Zug, mit dem ich morgen, wenn wir auf der Strecke einen schönen Film drehen. Ja, das sieht ja sehr vertrauenswürdig aus. Wenn wir mal Fenster offen, ja, wenn wir morgen wieder fahren, ja? Oh ja, mal gucken. Also Freunde, das ist echt spannend. Hier die Leute. Und da sind hier raus. Jeder hat Fensterflach. Jeder hat ein Fensterflach. So, der ist noch länger als ich dachte der Zug und morgen fahre ich mal so eine halbe Stunde in diese Richtung, wo der Zug gerade herkommt. Das habe ich schon mal gemacht und dann kommt man natürlich auch zu den Holzpfählen. Diese Brücke ist ja nun hier aus Stahl oder aus Eisen und die anderen Streckenabschnitte, die sind natürlich dann aus Holz. Und das wird spannend morgen. Also, ich sage euch eins, morgen wieder einschalten. Danke fürs Zuschauen.